Wir haben beschlossen, wir lassen sie noch älter werden und wenn es dann wirklich schlimm ist, dann. Und dann machen wir es zusammen mit einer Kastration. Mach wirklich ein Malis. Ja, bei Max ist es momentan ganz gut eigentlich und zuversichtlich. Also beim Tierarzt hat gemeint, es ist so nicht, da muss man nichts dran machen momentan. Und ich gebe halt so Tabletten, damit die Knorpel noch einigermaßen in Ordnung bleiben. Ja, da ist bei uns zum Glück echt gar nichts passiert. Und da ist es irgendwie echt besser geworden damit, also bin ich ganz zufrieden. Da ist das Nachbarschweinchen. Oh, der sieht ja fast genauso aus wie Max. Zeig ich doch. Ja. Sehr süß. Nur, dass er leider typisch Chihuahua-mäßig gehalten wird. Nur in der Wohnung auf dem Arm und Katzenklo? So in etwa. Oh Mann, ich finde das echt furchtbar. Ich verstehe das auch überhaupt nicht.